Als leuchtendes Beispiel des Wiederaufbaues ist am Leopoldplatz das Industriehaus neu erstanden. Eng verbunden mit dem Wiederaufbau der Stadt ist natürlich das Bankwesen. Die Volksbank Pforzheim EGmbH als Bank für Jedermann und Außenhandelsbank erledigt für Sie sämtliche Bankgeschäfte. In allen Geldangelegenheiten, immer finden Sie bei der Volksbank eine zuverlässige und gewissenhafte Beratung. Viele Hände rühren sich zur raschen Erledigung aller Bankaufträge. Rund tausende Buchungen gehen täglich durch diese Maschinen. Auch Sparen hat wieder einen Sinn bekommen, denn es ermöglicht eine gesunde Kreditgewährung. Viele Pfennige schaffen Arbeit und machen Wünsche erfüllbar. Die Erziehung der Kinder ist eine Angelegenheit der Eltern. Und zur richtigen Vorbereitung auf das Leben gehört die Erziehung zur Sparsamkeit. Ein Eigenheim zu besitzen ist der Wunsch aller, die bisher in unzulänglichen Wohnungsverhältnissen hausen mussten. Der erste Schritt hierzu ist eine fachmännische Beratung. Der rechtzeitige Abschluss eines Bausparvertrages mit unserer organisationseigenen Bausparkasse, der Bausparkasse der Deutschen Volksbanken AG, sichert Ihnen eine gute Finanzierung Ihres Bauvorhabens. feelbar haben. Untertitelung. BR 2018